Er muss aufhören. Wer muss aufhören? Ich muss ihn stoppen. Wen stoppen? Noah. Du musst Jasin sein. Noah schickt mich. Ich bin Noah. Er war Pfarrer. Aber ich kann nicht sagen, dass er mein Mann von Glauben war. Wenn es Gott nicht gibt, warum glauben wir dann an eine Lüge? Weil wir jede Lüge im Schmerz vorziehen. Das ist unsere Arche. Und ich bin Noah. Wir schaffen eine Zeitmaschine. Die alles neu sortiert. Den Anfang und das Ende. Und vor dem Urknall, was war da? Nichts kann aus Nichts entstehen. Es gibt überhaupt gar keinen Plan. Da draußen ist nur Chaos. Gleich findet alles seinen Anfang. Ich bin Noah. Aber die flach. Die flache. Aber dann kann man dies nicht weiter.